In diesem Video möchte ich euch zeigen, ein toller Tipp gegen die Hitze. Man kann den Ventilator auf einen Stuhl stellen und danach stellt ihr ein feutes Tuch auf das Bügelbrett. Dieses Tuch muss aber in eine Schüssel mit kaltes Wasser liegen, damit das Tuch Wasser absorbiert und somit bleibt im Zimmer eine konstante niedrige Temperatur über den ganzen Tag verteilt. Ich wünsche euch viel Spaß zum Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.